Die krassen Zeiten bedingen, dass wir nicht mehr im persönlichen Gespräch die Probleme bewältigen können. Wir nutzen zurzeit alle die neuen Medien und deshalb gilt mein Appell an dieser Stelle euch allen. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Ihr habt auf unserer Internetseite die Möglichkeit euch unsere Botschaften anzuschauen. Was wichtig ist, dass ihr alle an der Stelle Abonnenten seid, um regelmäßig euch erreichen zu können mit unseren neuen Informationen, mit unseren Botschaften.